Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willst du mitschaukeln? Äh... Und... Und... Und hopp! Tada! Hallo! Da bin ich! Hallo, Togolino! Oh! Hä? Na, warte! Jetzt hab ich dich! Überraschung! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Togolino! Boah, ist das cool! Danke! Ah! Wer will Kuchen? Ich! Und unser Kalito? Mh... Das sah so lecker aus! Ist nicht schlimm! Ich liebe Apfelkuchen! Wer will ein Stück? Ah! Ich! Kommt, wir kicken! Au, ja! Ja! Au, au, au! Was hast du? Aua! Wo denn? An den Füßen? Ich seh da nichts! Aua! Die Ohren vielleicht? Uah! Nichts! Die Nase vielleicht? Uh! Aha! Oh! Ah! Wasser! Hallo! Da bin ich! Hallo, Togolino! Was hat es denn? Vielleicht ist es verletzt und kommt nicht alleine runter. Dann müssen wir es retten! Komm her! Oh, ich soll deine Küken retten? Na, komm mal mit runter! So, hier seid ihr sicher! Gut gemacht, Togolino! Oh! Hallo, Küken! Oh, wie süß! Da kommt deine Mama! Guck mal, es denkt du bist deine Mama! Nein, Küken! Ich bin nicht deine Mama! Ich hab eine Idee! Jetzt zieht seine Mama aus wie du! Hey! Hey! Hm, ah! Tada! Hallo! Da bin ich! Hallo, Togolino! Kommt, wir basteln Indianerschmuck! Oh, ja! Tada! Aber ich hab nur eine Feder! Wir suchen dir eine zweite! Entschuldigung, Frau Linn! Hier ist nichts! Hier auch nichts! Hm? Ah, da! Ah, da! Ah, mal Togolino! Oh! Dein Indianerschmuck ist der schönste! Au! Heya, hoa! Heya, heya! Heya, heya! Heya, hoa! Heya, hoa! Heya, hoa! Oh! Hey! Psst! Achtung! Bleichtgesicht! Beacht trên Kirsten! Achtung! Bist! 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 Wuuu! Bist! Bist! Haatung! Pist! Was kitzelt denn da? Ach du, was das? Hallo, da bin ich. Hallo, Zorgulino. Wann bist du endlich fertig? Gleich. Oh nein. Nein, nicht in den Teig. Gut gemacht, Zorgulino. Ich wasche die Kirschen. Ich fülle den Teig ein. Und fertig. Ich habe sie alle aufgegessen. Dann nehmen wir eben was anderes. Die Rosinen da oben? Genau, und helfen. Hey, super, Zorgulino. Mh, der sieht so lecker aus. Kalito, erst wenn Florina da ist. Nur mal schnuppern. Gesundheit. Ah, zwei Monster. Da bist du ja endlich. Keinen Schritt weiter. Aber ich bin es doch. Zorgulino. Das Geheimwort. Äh, Mupidu? Richtig. Mh, lecker. Ihr seht echt muselig aus. Mh, das war lecker. Mh. Guck mal. Ein Gesicht. Was wird das? Ah, ein Auto. Mh, mh. Ein Schaf. Nein. Immer noch nicht? Das bin ich. Togulino. Genau. Warte, da fehlt noch was. Was denn? Bläh. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togulino. Oh, das ist die letzte. Ich oder du? Äh, wir zählen aus. Eins und zwei. Ich und du. Mäh und mu. Mupidu. Für dich. Mäh und mu. Hey, Kalito. Hä? Diese Erdbeere gehört Florina. Äh. Ah. Mupidu. Na gut. Hau rein. Begeizt? Gib mir ein Wow. Hup. Wow. Gib mir ein Mäh. Mäh. Gib mir ein Mu. Mupidu. Mupidu. Wow. Und hopp. Mupi. Mua. Du. Hallo. Da bin ich. Hallo, Togulino. Vorsicht, Huhn. Mupidu. 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 Puh. Ach. Tschüss. Bitte schön. Super. Mh. Mh. Oh nein, es rät nicht. Ah. M~! M1. Define. hum. M1. Hallo, da bin ich! Hallo, Zogolino! Hey, Zogolino, zieh mal mit, bin ganz verstopft. Äh... Guck mal, Monty, mein Auto! Warte! Ja, Ella! Kannst loslassen, Florina! Achtung, Zogolino, der Teich! Haha, ein Schwimmreifen! Wie komme ich denn jetzt ans Ufer? Äh... Hier, mit einem Segelboot. Super Idee, Florina! Hallo, da bin ich! Hallo, Zogolino! Was malst du da, Florina? Ein Haus. Ich will auch malen. Oh, nein! Oh, Entschuldigung! Äh, ich weiß was. Wow, ein Schmetterling! Schönes Kuchen! Oh, noch ein Schmetterling! Gib mal her! Jetzt sind beide gleich. Hallo! Da bin ich! Hallo, Zogolino! Hey! Bravo! Hey! Oh, das ist rum! Mupidu! Warte, Zogolino! Ah! Kalito? Hey! Ja! Hühnertaxie! Ja! Zack, zack! Und zack! Oh, nein! Und zack! Hallo, da bin ich. Hallo, Togolino. Na, super, Florina. Jetzt sind wir beide zusammen, Togolino. Aber ich kann kein Ballett. Tanz, wie du willst. Ich mach dann mit. Pogolino. Pogolino. Und Huhn. Und Haupe. Und Schmetterling. Hühnerkacka. Und Rückwärtsgang. Hallo, da bin ich. Hallo, Togolino. Was war das denn? Vielleicht ein pupsender Elefant. Komm, den schnappen wir uns. Du bist das? Mensch, warum geht das denn nicht? Probier's nochmal. Ah, gib mal. Ah, gib mal. Bravo. Moment mal. Hey, Kalito. Kannst du deine Äpfel auch woanders hinwerfen? Ups. Super. Juhu. Und los geht's. So, mal gucken. Wie geht das denn? Überraschung. Super Bild. Und los. Muppidu. Hepp, 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 hopp, hopp, hopp. Oh, oh, eu, eu, eu. Ach. Mh, lecker. Haha. Na bitte, ist doch kein Problem. So ist es viel leichter. Mh, Muppidu. Bin in Startposition. Startposition. Flugzeug bereit zum Abflug. Auf die Plätze, fertig und los. Oh, 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 oi, oi, oi. Hey, gar nicht schlecht. So, hier noch ein paar von den Kleinen und die Großen in den Kreis. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wie schön. Muppidu, es hat geklappt. Toll. Ja, los geht's. Oh, 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 oh. Togolino. Uh, uh. Pass auf. Warte, ich helfe dir. Puh. Bravo, Togolino, bravo. Bravo. Zum, zum. Mh. Och, Manu. Ich glaube, mein Drachen ist kaputt. Warte, Carlito. Halt ihn mal hoch. Oh, danke, Togolino. Hier. Oh, ja. 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 Hoi. Was macht ihr denn hier? Halt! Einen Moment bitte. Und jetzt könnt ihr... Alles klar, Monty? So, hier ist der Kuchen. Hm, lecker. Der sieht ja toll aus. Oh. Kein Problem. Ich mache uns schnell einen neuen. Backe, backe, Kuchen. Und zum Nachtisch gibt's Eis. Ah, Post. Wer schickt denn solche Post? Hä? Aha. Uhu. Wow, cool. Los, wirf, Florina. Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Aha. Das ist ja eine Schatzkarte. Hm, tja. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Hm, das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Hm, im Blumenbeet. Haha. Los, lass uns nachsehen. Mhm. Und? Hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich habe eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Hm. Hm. Was steht denn drauf? Hä? Ein Huhn? Also bei den Hühnern. Ich kann keinen Schatz entdecken, Toccolino. Vielleicht müssen wir uns die Hühner mal genauer ansehen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich sehe noch mal im Wohnwagen nach. Hm? Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Monty? Bist du das? Gok. Wow, Schokoeier. Ja, das ist aber ein leckerer Schatz. Danke für die tolle Überraschung, Monty Huhn. Gok, gok. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es noch mal. Eins, zwei, drei, acht, neun, zehn. Ich komme. Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. Acht, neun, zehn. Ich komme. Hm. Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha. Hab ich dich. Ups. Tschuldigung. Aber jetzt hab ich dich. Suchst du wen, Togolino? Na, Kalito. Wir spielen nämlich verstecken. Ach so. Also hier ist er nicht. Aha. Aha. Ach, nö. Wo bist du denn? Juhu. Kalito. Hihihi. Oh. Hm. Wo ist er denn nur? Hm. Aha. Ah. Ja, wo ist denn der Kalito? Ja, wo könnte er denn bloß sein? Hihihi. 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 Gefunden. Bei den Keksen. War ja klar. Hihihi. Ham. Hast du Lust noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Togolino. So. neatlyterkant. Auf requiresen 3aa- take. ииiuiuiuiuiuiuiuiuuuuuu. chairs. Maschina. wheelm�